SR1 Hallo, wir kochen heute den Hauptgang unseres SR1 Weihnachtsmenüs. Es wird ein leckeres Zitronenbackähnchen mit weihnachtlichem Kartoffelstampf und mit fruchtigem Felssalat. Das hier, hat das hier mal noch ab? Okay. Vier. Komm noch ein. Ja. Fünf. Wie der Schnee, ganz zart da drüber und dann in die Medestation. Das macht Spaß hier, Sauerei machen beim Kochen, oder? Ja. Macht ihr zu Hause auch Sauerei beim Kochen? Manchmal viel. Und wer räumt auf und spült ab? Das ist die Mama. Ja, ihr lacht. Wie geht denn der Herd an? Weißt du das? Da. Ich spüle es. Das ist super. Trin in Spitze. Ich spüle es mal raus. Noch nicht, aber guck mal jetzt. Oh Gott, sieht das lecker aus. Deswegen heißen die jetzt Zitronenbackähnchen. Ups. Oh, eins ist runter. Ich liebe Himbeeren. Die müssen wir essen für den Felssalat. Wichtige Aufgabe. Mit was ist da noch drin? Senf, Salz? Und Honig und Essig. Senf, Salz, Honig und Essig. Sehr gut. Meine Profi-Kartoffelschneiderin ist die Trine. Was macht man aus Kartoffel-Leckeres? Hommes. Ja. Sehr gut. Abwischen. So. Ja, ja, ja. Sehr gut. Hast du die Muckis dafür, Raphael? Und los. Wenn nicht, lass mich. Oh, gut. Auf meinen Teller bitte besonders viel Fleisch. Ich glaube, das ist mein Teller. Da musst du noch eins drauf machen. Ich hab viel Hunger. Das hat so Spaß gemacht mit euch. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Essen. Essen. Ihr dürft an die Teller. Los geht's. Ja. 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 Vielen Dank.